Die deutsche Wirtschaft liegt wieder vorn in Europa. Äh, na das sind immer Top-Nachrichten. Wir dürfen uns zurücklehnen, auch wenn dies manchem, wie zum Beispiel auch mir, zunächst einmal ungewohnt erscheinen mag. Deine Haltung ist entspannt. Meine Haltung ist bekannt. Sie ist unverändert. Ja, super Guido. Bleib mal schön so liegen, ja. Denn wir dürfen entspannt, ohne Verstand. Und alles easy hier im Wirtschaftswunderland. Ich brauche dann aber auch wieder einen Tag, wo ich durchaus mal 10, 12 Stunden schlafe. Ja, genau. Aber volle Karne-Tiefschlaf. Und nicht im Halbsschlaf. Völlig richtig. Und Frau Merkel, können Sie bei der Gelegenheit vielleicht auch noch die Beleuchtung hier ein bisschen gemütlicher machen? Rechtzeitig zum Auftritt des Wirtschaftsministers hatte der Veranstalter heute Morgen das Licht runtergedimmt. Ja, so ist doch viel schöner. Ja, ja, die Herren Brüderle und Schäuble, hallo, alles bequem soweit, ne? Ich freue mich sehr, dass Herr Schäuble ich wirklich ganz dicht beieinander stehen, auch wenn ich jetzt stehen muss, er sitzen kann. Ach Mensch, ja nee, dann jetzt aber mal alle ein schleunigst gemütliches Plätzchen suchen, ja. So, hat jeder sein Plätzchen gefunden? Ja, so. Und dann sagt uns jetzt mal der Ronald, was wir in der ersten Strophe gelernt haben. Dass der erste Schritt vor dem zweiten Schritt kommen muss. Ach nee, Ronald, wir wollen überhaupt nicht laufen, ja? So kann man nicht arbeiten. Denn wir düsen entspannt, ohne Verstand. Alles easy hier im Wirtschaftswunderland. Ich hab mein Plätzchen gefunden, da können Sie mal von ausgehen. Mut haben wir, Zukunft haben wir, Zuversicht haben wir. Also, es passt. Und später komm ich dann nochmal vorbei und sage, schöne Party, herzlichen Dank, alles Gute. Das ist der richtige Weg. Deutschland. Das ist ein schlafender Riese. Deutschland hat wieder allen Grund zur Zuversicht. Gott segne unser Land. Ja, peace, ne? Ja.